Ein Journalist befragte Lewandowski zu seiner Beziehung zu Messi und der Pole machte aus seinem Ärger keinen Hehl. Die Spannung zwischen den beiden war schon während der Verleihung des Ballon d'Or 2021 zu spüren, als Messi die Trophäe gewann. Der Wainkeur des 65. Ballon d'Or France-Football ist Lionel Messi. In Zucala Pulga fand, dass nur einer den Preis verdient hatte, Robert Lewandowski, vor allem für die unglaubliche Saison, die er gespielt hat. Ich möchte auch an Robert sagen, dass es für mich ein Ehre zu kämpfen. Das Lob von Messi kam bei Lewandowski überhaupt nicht gut an. Der Pole nahm kein Blatt vor den Mund und sagte, der Argentinier sei ein Heuchler. Er will, dass ich den Ballon d'Or bekomme, aber stimmt nicht mal für mich. Der Funke hatte sich längst entzündet. Und zwar auch, weil Messi nicht schweigen wollte. Und den heutigen Barker-Stürmer antworten sollte. Und zwar, wo es gut an der Wert, wenn man sich das, wenn man das, wenn man das, wenn man das, wenn man das, ist... generosidad en ese escenario, vos leiste trascendencia, lo tuviste que perdonar de algo, no leiste importancia? No, cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiere, sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco leí mayor importancia, ya está, quedó ahí, que diga lo que quiere y no me interesa, pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentí así, así realmente. Die Giftpfeile kamen aus allen Ecken, bis Leva schließlich explodierte, als dieser Reporter ihn nach seiner Beziehung zu Messi befragte. Dem Störmer gefiel diese Frage ganz und gar nicht und dies ließ er alle in dem Raum wissen. After where everything was told about Ballon d'Or, you think you can show with Messi about that when you shake your hands before the game of November 30? Or it won't be any space to show about this? I don't understand exactly your question. If you can make some show like everything is okay with Messi after what you say in Ballon d'Or and Messi answer or not? Everything okay with this? Why not? I only ask. Okay, I ask for English, but why you didn't make the shake hand? Between me and Messi is everything fine, I don't have nothing to him, never had. Why? Do you have the question also like that? No, only because what you said about what Messi said. What I said? Oh, what I said? You say that Messi said Messi told that I need to win the Ballon d'Or but then he didn't vote me. When I say like that? Where I say like that? When? When and where? When? You said Messi? When? 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 When did you say like that? Okay. No. I don't remember what I said like that. Okay, okay. Maybe you see their Instagram or something like that. Maybe someone told like that but not me. Okay, thank you. Yeah, thank you. Und tatsächlich sollten sie sich schließlich persönlich begegnen. Und zwar am 30. November bei der WM in Katar. Das Spiel endete mit einem 2 zu 0 zugunsten der Argentinier. Und so kam es zu dem lang erwarteten Aufeinandertreffen der beiden Fußballstars. Und auch wenn niemand weiß, was sie sich sagten, so wurden alle Zeugen jene spannungsgeladenen Moments. Und natürlich wollten alle wissen, was sie einander zu sagen hatten. Nach all den Giftpfeilen, die aus beiden Lagern geschossen wurden. Nach der Verleihung des Ballon d'Or und des Preises The Best. Dennoch stand vor dem Spiel fest, dass weder Lever noch Messi an einem Skandal interessiert waren. Weshalb der Fohle auf jener Pressekonferenz demonstrativ klar machen wollte, dass er sich in nichts hineinziehen lässt. Warum nicht? Warum sollte man nicht auf den Schaken machen? Between mir und Messi ist alles gut. Ich habe nichts von ihm. Ich habe nie von ihm. Warum? Die Frage war also so? Nein, nur weil du was gesagt hast, was Messi sagte. Was ich sagte? Oh, was ich sagte? Oh, was ich sagte? Du sagst, dass Messi sagte, dass ich gewinnen den Ballon d'Or. Aber dann nicht monumentste, wenn ich das für mich auf patent mache. Wo wie so sage ich? Wo habe ich gesagt? Wo how cliche ich gesagt? W Beginn? Wo und wo? Bis zum nächsten Mal.